So, und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Village. Ihr denkt euch doch, wenn ihr euch auch noch Otsnavs Kanal anschaut, so, ja, ich dachte, der PC-Schrott und so, ja, das fällt euch nämlich bestimmt gerade auf, dass ich hier immer wieder, schaut euch das an, äh, zwischendurch brechen einfach immer wieder meine FPS ein. Und ich nehme das gerade auf, ich versuche es auch kurz zu halten, um euch das nur mal zu zeigen. Und nein, es liegt nicht an meinem Prozessor oder so, es liegt safe an meiner Festplatte, weil die ist durchgehend zu 100% ausgelastet, weil die Sektoren ja, ähm, irgendwie beschädigt sind, habe ich durch so ein Testprogramm herausgefunden, ich habe mich so schlau gegoogelt. Ja, und jetzt habe ich halt herausgefunden, dass ich da eine neue brauche. Ist natürlich echt ärgerlich, weil ich gerade erst mit Minecraft angefangen habe. Und, ähm, ja, äh, gerade erst mit YouTube angefangen habe. Ich habe es ja schon immer so abgestückelt und abgespackt in, in Timo's Stream gestern, äh, äh, vorgestern erzählt und auch in Timo's Village Video. Aber, um es nochmal offiziell zu sagen und auch zu zeigen, dass es jetzt nicht irgendeine Ausrede ist, weil ich keinen Bock mehr habe oder so, ja, nehme ich das jetzt gerade auf. Und, ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, in Sika ein bis zwei Wochen, ähm, werden dann wahrscheinlich auf jeden Fall wieder Let's Plays regelmäßig kommen. Dann Let's Play ich nämlich auch, wer weiß, vielleicht mal was anderes als Minecraft. Ich habe es schon auf meinem Kanal bekannt gegeben, Euro Truck Simulator. Und, das wird dann noch neben Minecraft kommen. Village werde ich dann auch weiterhin aufnehmen. Bloß halt, ich werde zwischendurch noch auf Village weiter spielen. Und dann zeige ich euch mal, was ich so in den Wochen geschafft habe. Und, ja, die Videos werden trotzdem weiterhin qualitativ bleiben. Werden sie dann wieder in einer Woche hochkommen. Dann werden sie weiterhin qualitativ bleiben. Ich werde dann darauf achten, dass ich die Sounds auch vernünftig mache. Ne, ihr wisst ja, wie ich das meine. Ich habe es ja schon in zwei Videos vergessen, die Sounds runterzustellen. Ja, und ich bin gerade am überlegen, ob ich noch was vergesse, weil sonst... Ja, ich bin auch dabei, hallo. Stimmt, und der Otzner... Er plabbert hier eine halbe Stunde. Hier ist übrigens dein Stuff drin. Genau, ich bin gerade noch gestorben und so. Aber das, ich glaube, das kann man alles in Otzners Folge sehen. Nicht da, hier ist extra eine andere Kisse, du Spaß. Oh, danke, Timo. Äh, Timo, nichts gegen Spastika. Ja, tschuldigung, aber er ist halt im Moment gerade einer. Äh, 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 nö, gegen Spastika heißt das, glaube ich. Und, naja, soll uns jetzt auch nicht weiter stören, ähm... Nö. Und ich bin hier die ganze Zeit noch rumgelaufen, weil ich mich melden wollte, aber du warst so schön am Reden. Ja, Timo, das... Weil, wie gesagt, ich will es kurz halten, damit es auch schnell hochlädt und so. Oh ja, deine Hochladzeit, die kenne ich, ja. Ja, weil, übrigens, ich hab auch... Genau, danke, dass du mich drauf bringst. Ich hab auch versucht zu Livestream. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, wenn ihr zu dem Zeitpunkt mit... Äh, Betonung liegt auch versucht. Ja, erstens, ich hatte die ganze Zeit mein Mikrofon gemutet. Das war wirklich dumm wie Stroh. Und zweitens, ich... Haha, also... Er spricht, und hat die ganze Zeit sein Mikro gemutet. Der ist nicht Spaß. Timo, wir wollen hier nichts gegen Spastika haben. Ja! Alter! Das wird auf jeden Fall nicht... Original ist... Auf jeden Fall, ich hab versucht zu Livestream. Äh, man konnte mich nicht hören. Und, äh, ja, es waren Internet-Lags im Stream Also ich selber hatte beim Zocken keine Lags Das lag daran, weil mein Internet wohl doch zu scheiße ist im Stream Naja, dann tut's mir leid, kann ich halt nicht streamen Weil ich, so einen Schrott kann ich euch nicht bieten Genauso hier wie so ein Schrott-Lags-Play, wo ich nur irgendwie 10 FPS hab Weil hier andauernd FPS-Einbrüche sind Ansonsten sagt mir, ob euch das stört Ich glaube schon, aber wenn, wenn ihr meint Ich, ich soll's trotzdem weiter aufnehmen Und ihr habt dann zwischendurch ein paar Ruckler drin Lasst es mich bitte, wie wir wissen Schreibt es bitte in die Kommentare Weil ich, weil dann nehm ich's selbstverständlich gerne weiter auf Und weil ich dachte gerade, ich hab eine Baby-Kuh verloren Aber die stand bei der großen Kuh Ja, und das Spektakel mit der Baby-Kuh Sieht ihr auf Ottsnav-Kanal, ist natürlich bei mir verlinkt Weil... Alter, das war echt die größte Scheiße Ich musste so viel schneiden Alter, ich hab die Rohdatei und ich hab ja nicht alles aufgenommen Ging über eine halbe Stunde Alter, das war die größte Katzenscheiße Naja, ähm... Irgendwas wollte ich noch sagen, genau Weil ich werd trotzdem noch weiter mit Ottsnav aufnehmen Weil wie ihr seht, die Festplatte ist leicht beschädigt Aber zocken und so kann ich noch Bloß halt... Fweps läuft jetzt nicht mehr komplett Deswegen hol ich mir bald ne neue Um euch wieder einwandfreie Let's Plays zu bieten Wo ich hoffentlich dann auch die Musik leiser stelle Weil ich vergesse das immer Das ist das Problem Ich kann das, aber ich vergesse es Naja, Leute Ich will jetzt nicht das zu lang halten Ich würde sagen, wir sehen uns dann Und schreibt es bitte in die Kommentare Ob ihr findet, es geht so Oder ja, ob ihr findet, ich hab recht Und das soll nicht Weil ansonsten würde ich sagen Wir sehen uns Timos Video geht wahrscheinlich noch weiter Dann würde ich sagen Auf meinem Kanal Tschau